hallo ihr lieben heute mache ich mal was anderes beziehungsweise ich habe zwar schon mal damit gearbeitet nämlich mit der fimo knete das ist so also ich würde es vergleichen mit einem luft trockenen ton und da ich dieses material halt sehr sehr gerne mag und halt auch so mit tonen oder eben halt auch mit knete ganz gerne arbeite ich bin zwar immer nicht die talentierteste dafür einfach weil ich da ein bisschen grobmotorisch veranlagt bin aber ich mag es halt trotzdem sehr sehr gerne diese art der basteleien und hatte dann auf pinterest ein bild gesehen wo ich dachte oh ja doch das wäre vielleicht was was zu mir passen könnte nämlich da hat jemand eine form draus gemacht in die also eine handform in dem moment wo er das ganze jetzt ausgerollt hat und dann eben ausgeschnitten hat das heißt ihr seht schon ich roll da nehme ich jetzt meine fimo knete aus ich habe sie diesmal in terracotta nicht im weiß ich hatte erst überlegt ob ich sie in weiß nehme aber ich dachte in terracotta ich bin gerade so ein bisschen auf dem terracotta film so ein bisschen aus und dementsprechend habe ich dann gedacht okay ich nehme terracotta und es hat auch immer etwas sehr natürliches und genau und dann habe ich es gut durchgeknetet und dann auch ausgerollt habe immer so ein bisschen noch geschaut ob da meine hand drauf passt und weil es sollte ja meine hand werden die ich da ausschnippel bzw das ist die beste vorlage die man haben kann und nehme ich seine hand und habe dann immer so ein bisschen geschaut war erst ein bisschen unsicher wie es jetzt am besten machen soll fand das dann aber habe dann doch irgendwie so ein bisschen mein weg gefunden man tastet sich ja da auch immer so ein bisschen ran wie kann man es jetzt am besten machen bei mir sollte das so ein bisschen in die richtung von der hamsa hand gehen falls ihr euch erinnert ich liebe die hamsa hand als motiv sehr und fand deswegen dass eben beim auf pinterest sehr sehr spannend für mich dass das halt am besten halt zu mir passte ja dann habe ich das ausgeschnitten habe so ein bisschen geschaut habe das so ein bisschen angepasst von der form her also so ein bisschen in form gebracht es war noch nicht optimal aber ich glaube für meinen ersten versuch ist das glaube ich ganz gut gelungen und genau ich war da so ein bisschen vorsichtig ja habe so ein bisschen abgerundet habe es dann auch so ein bisschen noch mit wasser abgerundet ich weiß nicht ich hatte ja schon mal ein video hochgeladen mit der fimo knete und fand dass das mit wasser halt am besten ging um das ganze so ein bisschen abzurüllen ein bisschen schöner geschmeidiger zu machen das mache ich wenn ich mit direkt mit ton arbeite eben auch sehr gerne und auch mit der unterlage finde ich hat sich das sehr sehr gut gemacht und ich finde auch dass ich mit fimo knete viel viel besser klar komme als jetzt eben mit dem ton mit dem ton habe ich wer sich daran erinnert wie gesagt der da habe ich sehr gekämpft weil mir ständig der ton an der unterlage festgeklebt ist und ich da überhaupt nicht mit klar gekommen bin was ich halt sehr sehr schade fand aber das sollte nicht sein und dementsprechend ich habe zwar dann eine lösung gefunden es war keine optimale lösung aber ja es ist halt leider so und konnte mich dann irgendwie hinbekommen das ganze ich habe dann noch so ein bisschen nach meinem werkzeug gesucht was ich bei dem luft trockenen ton damals mit dazu bekommen hatte das set hatte ich ja damals bei etsy bestellt habe es aber ad hoc nicht gefunden mittlerweile habe ich es gefunden also war dann auch okay aber ich habe noch sparte gefunden mit denen das auch ganz gut ging die habe ich auch mal bekommen und fand die dann auch gar nicht so schlecht ich konnte damit so ein bisschen ein muster rein machen das heißt ich habe mich ja weil ich mich an der hamsehahn doch so ein bisschen orientiert habe habe ich dann so ein muster rein gekratzt geprägt und hatte dann so ein bisschen mal versucht so ein bisschen zu schauen wie kann ich es jetzt am dümmsten machen damit es halt nicht ganz merkwürdig aussieht es sollten die kanten ja auch noch zu sehen sein ich wollte später noch mit farbe noch so ein bisschen was machen weil ich den effekt immer ganz schön findet das seht ihr gleich zum schluss da noch und genau also dieses rein prägen war gar nicht so einfach wenn ich ehrlich bin weil ich immer so ein bisschen schauen musste mache ich es mir nicht kaputt damit und also nehmt da so ein bisschen geduld mit und genau hier seht ihr ich habe das material mittlerweile gefunden vom lufttrockneten ton ja wenn man keine ordentliche sortierung hat ich hätte total gerne ich gebe bestimmt anderen auch so so ein ganz eigenes bastelzimmer wo einfach nur gebastelt wird und ja habe ich leider nicht aber gut soll auch nicht sein aber vielleicht gönne ich es mir irgendwann mal dass ich doch noch mal umziehe und ich dann ein richtiges bastelzimmer habe und ich glaube ein anderes zimmer würde ich dann für meine meerschweinchen machen dann würde ich mir einfach ganz viele meerschweinchen noch gönnen im moment habe ich ja zwei zwei männchen und genau ja während ich da noch so ein bisschen präge ich lade ja immer auf den sonntag hoch also wer heute eingeschaltet hat auf den sonntag herzlich willkommen ich freue mich natürlich wenn ihr da seid ich freue mich wenn ihr kommentiert wenn ihr einen daumen nach oben da lasst wenn ihr zuschaut ich freue mich über jeden der da einfach mal rein guckt und vielleicht auch interesse hat oder vielleicht auch sachen gerne mit nachmacht und dementsprechend gerne und auch ein abo würde ich mich sehr freuen wir sind aktuell über 320 abonnenten es wechselt natürlich immer mal ich sag mal es gibt welche die gehen dann auch wieder was auch vollkommen okay ist letztendlich ich bin relativ vielfältig hier aufgestellt ich bin kein zum beispiel reiner epoxid tarts kanal die sind halt sehr sehr gern gesehen das weiß ich das gucke ich selbst auch sehr gerne und genau also ich habe ja nicht nur den bastel content hier sondern eben auch musik und musik wird auch sonntags hochgeladen nämlich um 16 uhr außer ich vertue mich mal ein bisschen oder ich bin noch an einem größeren video dran wie jetzt letzte woche zum beispiel da habe ich einen auftritt hochgeladen wo ich am freitag dann war und das dauert natürlich moment ich mag gerne das in einer sehr hohen qualität hochladen und dadurch brauche ich halt und einfach moment länger und bis das ganze hochgeladen ist sag mal meine internet leitung ist wahrscheinlich auch nicht die bombastisch schnellste auch das video umwandeln ist auch nicht das schnellste aber wie gesagt für mich vollkommen okay da ich das einfach just for fun für mich selber mache und genau also ich freue mich über jeden einzelnen der da ist und der auch bleibt oder kommentiert auch wenn da vielleicht kein abonnent ist und hoffe dass ihr da einfach so ein bisschen spaß dran habt und vielleicht habt ihr ja auch ideen was ich gerne mal für euch ausprobieren soll und zeigen kann dass auch grob motoriker wie ich das zum beispiel hinbekommen ich teste zum beispiel auch gerne so setz bastelsets ob die funktionieren ob die anleitungen funktionieren weil ich das für mich immer so so wichtig finde gerade wenn man wirklich gar nicht weiß was man tut wie sind die anleitungen versteht man sie und dadurch ich habe schon ein zwei sets auch gehabt gerade zur weihnachtszeit wo ich echt frustriert war weil die anleitung nicht gut war und glaube die sets gibt es sogar noch also von meiner seite ja würde es da keine klare empfehlung geben ich finde es schade dass da halt auch an den sets so wie es aussieht auch gar nichts gemacht wurde dran sondern die weiterhin so verkauft werden weil wie gesagt ich glaube nicht dass ich die einzige bin die dann zum frust hatte und genau aber trotzdem probiere ich halt immer wieder gerne aus und gebe euch da auch gerne ein feedback oder auch zu techniken was ich halt gerne anders mache und dementsprechend ist das da dann so ein bisschen für mich auch ein austesten eben auch für später was habe ich mal gemacht wo was war das problem gewesen und habe dann so ein bisschen einfach geschaut ja ansonsten ich lasse das ganze jetzt trocknen und ich muss sagen wenn dann immer steht irgendwie ja einen tag trocknen lassen ich lasse es in der regel länger trocknen ein stück weit ist das auch für mich vollkommen okay weil ich ja nicht immer dazu komme dann eben daran weiter zu arbeiten und aber ich schaue natürlich immer nach und merke halt manchmal okay da ist noch grundfeuchtigkeit zum beispiel drinnen und das ist für mich dann halt immer unheimlich schade und dementsprechend lasse ich lieber länger trocknen also schaut da immer ganz gut wie sieht die farbe aus und wie funktioniert das jetzt am besten kann man es noch bewegen zum beispiel ja so sieht es getrocknet aus und dann wollte ich so ein bisschen die konturen mit dem weiß nach malen und so ein bisschen das ganze verschönern aber so richtig hat es nicht funktioniert zumindest nicht für mich und dadurch habe ich es dann so ein bisschen ich glaube das läuft unter vintage look dann umgesetzt aber schaut da gerne mal wie es jetzt gelöst habe wie gesagt ich habe euch auch den fail drinnen gelassen so dementsprechend damit zeit eben nicht alles einfach nobody ist perfekt es gehört einfach mit dazu dass halt dementsprechend leider alles nicht immer so funktioniert wie man es gerne möchte ich glaube dass einfach die konturen zu wenig waren oder mein pinsel zu dick ich habe es ich war dann leicht ungeduldig glaube ich auch vielleicht hätte ich es noch hinbekommen mit den nur den kanten aber ihr seht schon ich war sehr ungeduldig ich habe es dann versucht wirklich einfach mit weiß drüber zu machen und habe dann aber eben auch mit schwämmchen das dann so ein bisschen runter gemacht wieder sodass dieses terrakotta farben schön durchkommt und ich glaube das ergebnis lohnt sich trotzdem ich nutze es tatsache sehr als untersetzer also als wo ich halt was drauf stelle ich habe da aktuell mein salz und pfefferstreuer drauf einfach weil ich es für mich ganz gut passend fände dass ich es halt in der küche mit stehen habe also da war für mich das ganze dann halt doch sehr passend ich habe ja etliche untersetzer ich habe sie ja auch wegen dem epoxid hart sehr viele untersetzer und freue mich halt über jedes ähm was man so haben kann ja und dann habe ich es eben wie ihr seht eben wirklich ab abgewischt so ein stück weit aber ich mag diesen effekt tatsache sehr sehr gerne hätte ich nicht gedacht weil ich ja eigentlich so ein bisschen eher traurig war und nicht so schön fand und habe das ganze dann noch ähm mit so einem ja ich nenne den immer sabberlack das ist so ein kinderspielzeug äh wo in matt ich werde mir auch nochmal in glänzend holen aber wie gesagt aktuell habe ich ihn jetzt nur in matt und ich wollte ihn eben weil ich ihn gerne in der küche haben wollte wollte ich ihn eben halt auch lackieren und habe den dann also dementsprechend mit so einem sabberlack der wirklich für kinder ist man erkennt den übrigens an dem schaukelpferd auf dem auf dem auf dem auf der dose und genau ich habe es von beiden seiten lackiert weil das macht sich glaube ich auch ganz gut dass das von beiden seiten an immer ist habe es also jetzt auch trocknen lassen und dementsprechend seht ihr jetzt gleich das Ergebnis wenn es euch gefallen hat mein experimentieren dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben schreibt gerne ein kommentar oder ein abo und ansonsten freue ich mich natürlich wenn ihr nächste woche wieder da seid und ich dann wieder euch ein paar sachen zeigen darf bis dann tschüss bis dann Vielen Dank.